So, lassen wir Tine mal wieder Akku aufbauen, oder? Oh ja. Das heißt, wo liegt der eine Funken, wenn wohl? Oder sind alle fünf dann da? Und sobald wie der erste dann reinfliegt... Eben konnte man den ziehen, aber kann man ja jetzt nicht ziehen. Da muss halt mal so'n fetter Charger schieben hier. Nützt der nicht. Ich bin versteinert. Ja! 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 Jetzt geht's los. Ich bring den Funken an! Naja, ich werde gleich versteinert sein. Der Funken ist drin, aber es funktioniert nicht. Na, sauber. Na dann, holen noch die anderen Funken rein. Ok, dann haben sie das gepatcht, alles klar. Oh, hat nämlich gestern noch jemand im Forum geschrieben oder vorgestern, dass das noch gehen würde mit 4-1? Einmal nehme ich auch. Aber hat ja jetzt nicht funktioniert. Vielleicht war es zu lange. Ach, kann sein, dass... ja... Ich habe das gemacht und da ist der Boss richtig resetet. Kann sein, dass es daran liegt. Oh, na egal. Ich hätte mal ja... Mach dich schon mal bereit. Du sagst, dass die Normalden wahrscheinlich schon losgehen. Oder nicht? Klopft ihr den mal runter, dann können wir schon mal die Funken sammeln gehen. Wird ja bei 50% wahrscheinlich direkt wieder hier loslöst. Ich bleib mal so lange hier mit nur Kugeln dahin stehen. Richtig. Eine Frau, die zwei. Ich bräuchte eine Kugel der Trainer. Die ist Gutes wieder unverwundbar. Die Funken sind da, ne? Dankeschön. Ah, ich brauche wieder Kugeln. Danke. Funken. Das sind alles keine 60 Sekunden. Das ist doch alles dundenscheiße hier. Hallo, bring's mir. Hallo, deine Frau. Danke. Das ist auch alles. Genau. Danke. Ciao,rufe, vor allen Dingen. Zum .. Was machen wir denn wieder eine Kuppel? 79 Sekunden Was ich schon wieder versteinert? Ja, ich kann Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Für GREAT JUSTICE! Für GREAT JUSTICE! Nächste Runde könnte eine Kuppel kommen, 16 Sekunden, dann haben wir sie wahrscheinlich Was machen wir denn nicht? Nein, ich hab ihn schon wieder versteigert. Das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein. Ah, endlich! Die Versteinerung ist nicht mehr so aufwendig, ne? Wo ist unsere Kiste? Ausgang, glaub ich, ja. Tine, du weißt, was der letzte Boss ist? Alle Bosse, die wir gerade gemacht haben, in Kombination zusammen, in einem...